Maja und Lina Ich hab Hunger, ich hab Hunger Ich fittere Lina Schau Lina, ein Kaffee auf Rädern Juhu Juhu Guten Tag Guten Tag Was kann man denn bei Ihnen essen? Oh, ein Eis Mir ist heiß Das Eis geht aufs Haus Essen kannst du ein Hotdog oder ein Hamburger Und was zu trinken bitte Ich will Orangensaft und Lina will Traubensaft Den hier Gut Eure Getränke sind fertig Und jetzt mach ich den Burger Welche Soße wollt ihr? Ketchup oder Senf? Ketchup und Senf bitte Zeit die Bulette umzudrehen Eure Bestellung ist fertig Danke Zwei Münzen bitte Danke Und den Hotdog will ich selber machen Zuerst muss ich mir die Hände waschen Saubere Hände Oh, jetzt müssen wir Ketchup und Senf hinzugeben Ganz schön heiß Vorsichtig Der Hotdog ist fertig Bitte sehr Danke sehr Danke sehr Du hast vergessen zu zahlen Eine Mönse bitte Moment Bitte sehr Kriege ich auch ein Eis, das aufs Haus geht? Bitte sehr Mh, wie lecker Danke dir Maya Magst du es, draußen Kaffee zu spielen? Dann gib uns ein Like Und schau dir die neuen Folgen von Maya und Lina an Tschüss Gedächtig Sí Ctrl